Der nächste große Marvel-Blockbuster nach Avengers Infinity War. Vor 30 Jahren ist meine Mutter in der Quantenebene verschwunden. Wir holen sie wieder nach Haus. Okay, wir schaffen das. Fliegen wir los! Wir haben etwas sehr Mächtiges freigesetzt. Wir müssen sie aufhalten. Ihr habt keine Ahnung, so was ich fähig bin. Pass auf. Wir sind ein echt gutes Team. Okay, was du nicht sagst. Ant-Man and the Wasp. Ab 26. Juli im Kino. Okay, was du wirst? Untertitelung des ZDF, 2020